Herzlich Willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Ich nutze dieses Video jetzt einfach mal, um euch einen kleinen Fahrplan darüber zu geben, wie es hier in nächster Zeit weitergeht. Denn dem einen oder anderen dürfte auch gefallen sein, dass auf meinem Kanal, ja, also Tomodachi Live, wuhu, aber ansonsten halt nicht viel. Und ja, das macht dem einen gefallen, dem anderen vielleicht weniger, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls möchte ich die Gelegenheit nutzen, um irgendwie ein, zwei Dinge dazu anzumerken. Ich hatte das ja irgendwie in meinem Livestream letzte Woche, der übrigens rüde abrupt, also rüde abrupt, der ziemlich ein doofes Ende fand, sagen wir es mal so, ja, Livestream letzte Woche. Das war dieser tolle Livestream, genau, mit Mario Kart 8, Freitag, Turnier, wir kennen das alle. Okay, gut. Ja, war eigentlich ein schöner Livestream, war eigentlich einer der besten Livestreams überhaupt, fand ich persönlich, zumindest so lange, wie er gedauert hat. Das Blöde war dann halt nur, dass Hitbox irgendwann versagt hat und ich den Stream dann nicht mehr zum Starten bekommen habe. Und ja, je später der Abend wurde, desto weniger Lust hatte ich dann noch irgendwie in der Beziehung irgendwas neu zu starten. Und deswegen hatte ich dann ja auf Twitter auch geschrieben, dass ich das dann erst einmal sein lasse für den Abend. Tut mir leid für all diejenigen, die das vielleicht auf Twitter nicht mitbekommen haben und sich vielleicht einfach gewundert haben, Moment, warum wir streamen nicht mehr und so und da fehlt doch irgendwie was und was machst du überhaupt und warum hat er denn keinen Bock mehr und so. Ja, wie gesagt, ich konnte in erster Linie erstmal nichts dafür, sondern Hitbox hat versagt und in zweiter Linie war ich dann irgendwann halt einfach nur müde. Was leicht passiert, wenn man dann halt so ein bisschen irgendwann in so eine gewisse Phase abrutscht, dass ich kann gerade nichts machen, so ungefähr, ja. Da konnten mir auch Schnubbi und Treiser nicht so wirklich weiterhelfen, auch wenn ich mit denen dann zumindest privat noch ein bisschen gedaddelt habe. Aber okay, das soll jetzt nicht Thema der ganzen Angelegenheit hier sein. Nein, ich hatte es angerissen jedenfalls irgendwie in diesem Stream und auch in einer meiner Tomodachi-Live-Aufnahmen jetzt zuletzt hatte ich es irgendwann mal erwähnt. Ich bin momentan irgendwie ein ganz kleines bisschen, ja, ich weiß nicht, nicht so Let's-Play-tauglich oder so. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Mir fehlt so der gewisse Let's-Play-Kick oder so, der mich dazu antreibt, jetzt auch tatsächlich mich vor das Mikrofon zu setzen, ein schönes Spiel zu spielen, dazu einfach zu reden und die Zeit so ein ganz kleines bisschen zu genießen. Das geht oder ging mir in den letzten Tagen einfach so ein ganz kleines bisschen abhanden, weil, ich weiß nicht, ich wollte mich irgendwie ablenken, aber das Let's-Play-In an sich erschien mir dafür nicht wirklich adäquat und deswegen habe ich es gelassen. Gut, jetzt ist ja einige Zeit irgendwie seitdem vergangen und am letzten Wochenende hätte ich eigentlich auch ganz gerne mal wieder ein bisschen mehr aufgenommen. Da wurde ich dann allerdings wieder arbeitstechnisch so ein bisschen aufgehalten und deswegen hat das nicht so hundertprozentig geklappt, weshalb ich nur, in Anführungszeichen, Zeit hatte, um Tomodachi-Live weiter aufzunehmen. Das soll sich jetzt aber in den nächsten Tagen wieder ändern. So ist zumindest der Plan, mein guter Vorsatz. Drücken wir alle die Daumen, dass es auch tatsächlich dann der Fall sein wird. Um mich da jetzt selber aber weniger unter Druck zu setzen und um euch da ja nicht unbedingt wieder mit ein, zwei Videos wuschig zu machen und dann kommt wieder eine Pause und der Hering macht wieder nur Blödsinn und es kommt wieder nix, habe ich mir das jetzt einfach mal so gedacht, dass ich, ja, also Tomodachi-Live kommt weiterhin täglich, immerhin etwas so ungefähr. Alle anderen Sachen, Projekte oder Videos oder Dinge, die ich eventuell auch so für mich jetzt mal starten wollte oder so, die stelle ich einfach mal ein paar Tage hinten dran und lade nicht immer sofort alles, alles sofort hoch, soweit ich es auf der Festplatte habe, sondern stattdessen, ich produziere jetzt erst einmal in den nächsten Tagen ein bisschen was im Voraus. Ich kann und will dementsprechend nicht versprechen, ob es jetzt direkt an diesem Wochenende schon mit vielen neuen Videos und so weiter weitergeht. Stattdessen würde ich sagen, aller spätestens die Woche darauf sollte es eigentlich so sein, dass ich dann hoffentlich aus einem großen Fundus an Videos auf meiner Festplatte wählen kann, die ich euch dann so nach und nach wieder kredenzen kann und überhaupt und sowieso habe ich ab dem 9. August auch Urlaub für zwei Wochen und ich hoffe sehr, dass ich während meines Urlaubs gute Laune habe und dementsprechend auch viele schöne, fluffige Let's Plays irgendwie für euch, ja, machen kann und dementsprechend dann auch Videos gestalten kann und so weiter und so fort. Das wäre so ungefähr der Plan. Urlaub ist auch ein ganz gutes Stichwort für diejenigen, die es interessiert, weil das fällt in ja so einen gewissen Zeitraum für alle Interessierten da draußen oder so. Die Gamescom ist in Köln dann. Ich weiß diesbezüglich natürlich Bescheid. Stand der Dinge jetzt ist aber, dass ich es mir auch in diesem Jahr wohl schenken werde, dorthin zu fahren, hat eigentlich einen ganz einfachen, nämlich finanziellen Grund, dass, ja, ne, ich brauche mein Geld momentan für ein paar andere Dinge. Das ist so das Problem. Und, ja, ich meine, wenn ich halt mit dem Auto dahin gurke und dann eventuell noch zwei, drei Tage bleiben will oder so, da sind halt mal schnell über 100 Euro weg und vielleicht auch 150 und wenn es ganz doof läuft vielleicht auch mal 200 Euro oder so. Und das sind so Ausgaben, die ich momentan irgendwie nicht haben will in meiner Haushaltskasse. Deswegen schenke ich mir das und verbringe daher einen genüsslichen Urlaub hier auf Balkonien und habe hoffentlich dann vielleicht noch ein bisschen gutes Wetter und so. Deswegen ist der Vorteil, dass man hier direkt an der Ostsee wohnt. Da kann man sich irgendwie, ja, das, äh, das Zuhause vor der Tür irgendwie zu seinem Urlaubsdomizil machen. Das ist ja nicht so verkehrt. Andere Leute geben ja auch teures Geld irgendwie dafür aus, um extra in diese Gegend hier zu kommen. Da kann ich ja vielleicht andeutungsweise auch mal das ausnutzen, dass ich hier überhaupt wohne. Ja. Ich rede es mir vielleicht ein bisschen schön. Ich weiß nicht genau. Okay. Nee, aber das, äh, ja, hat sich, äh, das hat sich jetzt eigentlich so bei mir festgesetzt und das ist jetzt eigentlich so mein Plan und Stand der Dinge diesbezüglich. Äh, tut mir leid für diejenigen, die sich eventuell darauf gefreut haben, mich mal auf der Gamescom tatsächlich, äh, treffen zu können oder wie auch immer. Aber das, äh, geht sich auch in diesem Jahr eben für mich nicht wirklich aus. So. Mmh. Noch irgendwas, was ich sagen wollte? Ich weiß nicht. Zum Videos hatte ich jetzt was gesagt. Buh, 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 buh. Zu der Gamescom hatte ich was gesagt. Eigentlich bin ich jetzt gerade leer. Das kann jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen sein. Ich weiß nicht genau. Eventuell fällt mir nachher noch irgendwas ein, was ich dann hinzufüge. Vielleicht aber auch nicht. Ist ja im Endeffekt auch total egal. Jedenfalls möchte ich an der Stelle nur sagen, ja, äh, ach so, ja, genau. Nee, eine Sache, die ich noch vergessen hatte. Ah, stimmt. Kommt, äh, juhu, 7000 Abonnenten. Juhu, juhu. Ich, äh, konnte mich in den letzten Tagen gar nicht so richtig überschwänglich darüber freuen. Das ist irgendwie komisch. Was ich noch viel komischer finde, ist die Tatsache, dass, ähm, scheinbar die Anzahl der Abonnenten mal wieder steigt, je weniger Videos ich hochlade. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber, na gut, okay. Okay, jedenfalls für all diejenigen Leute, die mich tatsächlich erst seit kurzem abonniert haben sollten oder so, ab und zu gibt's hier auf diesem Kanal auch durchaus mal gute Phasen. Wo ich dann eben mal ein bisschen mehr hochlade und so weiter und so fort. Und, äh, ja, ich versuch das, ich versuch das einfach irgendwie hinzubekommen und hoffe, dass ihr da ein ganz klein bisschen Geduld mitbringt. Wie gesagt, jetzt irgendwann Anfang August sollte es dann weitergehen. Nicht nur mit Tomodachi Live, sondern vor allem auch mit Phoenix Wright, Ace Attorney, Justice for All und, nee, Quatsch, nicht Justice for All, Trials and Tribulations. Wir waren ja schon eine Ecke weiter. Und, naja, was mit Pokémon Colosseum und Tales of Symphonia wird, da bin ich selber so ein ganz klein bisschen am Überlegen und, äh, ja, machen und tun und überhaupt und sowieso und es wird schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise werden, hoffe ich zumindest. Gut, jetzt hab ich euch fast 10 Minuten lang vollgeblubbert. Ähm, war mir auf eine gewisse Art und Weise wichtig, irgendwie ein wenig zu blubbern. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe auch, dass ihr dann in ein paar Tagen noch da seid, wenn ich wieder Videos hochlade. Und ansonsten soll es das für den Moment einfach mal gewesen sein. Ich wünsche euch, äh, ja, eine schöne restliche Woche. Macht was draus irgendwie. Und ansonsten sehen und hören wir uns hoffentlich ganz bald doll arg wieder. Äh, ich sag dann für den Moment aber erst mal Tschüss mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.